Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 26 der Reihe über Göttinnen und Götterhelden, Heroen und große Magier. Und heute wollen wir uns mit Johann Wolfgang von Goethes, Iphigenie, auf Tauris beschäftigen. Goethe hat eigentlich seit seiner Kindheit eine große Liebe zu den griechischen Göttern und zur griechischen Literatur gehabt. Und er hat sich im Laufe seines Lebens eigentlich immer mehr distanziert von einer auch christlichen, monotheistischen Glaubenswelt und diese polytheistische Götterwelt, jetzt vollkommen neu aufgefasst, bei ihm modern aufgefasst, hat ihn fasziniert. Er ist ihr nahe gestanden. Das aber nun eben in einer Zeit, in der man nicht mehr an diese Götter so naiv glauben konnte, wie das eben um die Zeitenwende noch der Fall war. Wir leben in einem christlichen Umfeld. Es geht also jetzt für Goethe darum, antike Stoffe heranzuziehen, aufzuarbeiten und wohl zu wissen, dass die Ursprünglichkeit dieser Texte, ihr der ursprüngliche Götterglauben, die ursprünglichen Vorstellungen nicht mehr erreicht und nicht mehr gelebt werden können. Wir wollen ins Zentrum von Goethes Liebe zu den Griechen. Wir gehen hier auf Tauris stellen. Ich liebe diese kleinen Reklamheftchen, weil man sie einfach überall bequem hin mitnehmen kann. Sie passen eigentlich in jede Tasche hinein, auch mal in eine Hosentasche. Und das ist nun eine ganz, ganz alte Reklamausgabe, die noch aus meiner Schulzeit stammt. Als wir in der Schule im Gymnasium Ephigenia auf Tauris durchgenommen haben, da sind auch noch meine ganzen Bemerkungen in Bleistift hineingekritzelt. Das ist immer ganz witzig, wenn ich mir dieses Reklamheftchen wieder in die Hand nehme. Goethe, 1749 bis 1832, lebt in einer Epoche, in der die Zeit als ein verändernder Faktor erfunden wird. Das Entwicklungsdenken bricht sich Bahn, was im 19. Jahrhundert zum Fortschrittsdenken wird. Sie haben das ausführlich in der Vorlesung über romantische Liebe besprochen. Im Zusammenhang damit steht eben auch die Vorstellung, dass der Mensch ein Entwicklungs-Ich ist, das sich von einem Unbewussten zur immer größeren Bewusstheit entwickelt. Und die Vorstellung Ende des 18. Jahrhunderts ist noch die, dass je kindlicher, je näher der Mensch zum Anfang ist, desto näher ist er bei Gott. Und das hat sich eben ausgeweitet auf die Vorstellungen von den Völkern, von Naturvölkern, die näher der Heiligkeit leben. Und dann eben auch in der Geschichte von den Griechen, die dem Anfang näher sind, als das, was dann zum Beispiel später kommt mit der Dominanz der Römer oder im Mittelalter. Oder dann eben auch in der neuzeitlichen Politik des Ständestaates, der Aristokratie, symbolisiert vor allem auch durch den französischen Hof. Jetzt eben kommt es Ende des 18. Jahrhunderts zu einer neuen Wertschätzung der alten Griechen. Man übersetzt ihre Texte, viele, viele Texte, viele Dramen werden neu übersetzt. Und Goethe hat diesen Trend ganz bewusst gefördert. Und er ist nun wirklich ein Verkörper, diese Liebe des späten 18. frühen 19. Jahrhunderts zu den alten Griechen. Perfekt. Er bewunderte sie uneingeschränkt. Von allen Völkern hätten die Griechen den Traum des Lebens am schönsten geträumt, so sagt er. Schon als junges Kind habe er die Ilias kennengelernt. In der Straßburger Zeit habe er die Odyssee quasi immer bei sich herumgetragen, quasi in der Hosentasche. Und auch in den ersten Weimarer Jahren haben die griechischen Autoren ihn so beeinflusst, sie waren seine Seelenarznei, wie er sagt, sie haben ihn geheilt immer wieder. So schreibt er in einem Brief an Charlotte von Stein am 24.03.1776. Pindar, Euripides, Eschilos, Sophocles, Theokrit, von all denen kann man sagen, die haben es mich fühlen gelehrt, so schreibt Goethe. Dann kommt seine berühmte italienische Reise 1786-87 und dort lernt er eine homerische Welt kennen, auf Sizilien in Süditalien. Im Gedankenaustausch mit Schiller formuliert er dann Grundsätze der epischen Gattung, des Dramas, fundierend auch auf den Grundgedanken der Griechen. Er sagt, die Griechen sind für ihn die vollkommenen Menschen, die in einer vollkommen natürlichen Umgebung leben. Sie seien Urmenschen. Wäre Homer unsere Bibel geblieben, die Welt hätte eine andere Gestalt angenommen. Die Menschheit hätte eine andere Gestalt angenommen. Und er beklagt die moderne Falschheit, die Zivilisiertheit seiner Zeit, die zu Verderbtheit geführt hat. Die griechischen Götter leben in einer natürlichen Aufrichtigkeit, Naivität und Reinheit. Und davon habe sich eben auch so etwas wie der Christenglaube entfernt. Durch seine ganzen Werke zieht sich der Gedanke, dass diese Naturnähe auch die Verderbtheit der modernen, zivilisierten Gegenwartsgesellschaft heilen könne. Durch Rückkehr zur natürlichen Einfachheit kehre man zum göttlichen Ursprung zurück, jenseits auch eines christlich fundierten Glaubens. Er schreibt an Herder am 10.07.1772, dass die Griechen sein einziges Studium seien. Zuerst Homer, dann Sokrates, Xenophon, Platon, da gingen mir die Augen über meine Unwürdigkeit erst auf. Theokrit, äh, äh, ja, äh, Anakreon, Pindar, all diese Autoren nennt er. Die Antike wird ihm zum Gegenentwurf zu einer veloziferischen Moderne, eine Neuschöpfung, eine Wortneuschöpfung, veloziferisch, da steckt Luzifer dahinter, Luzifer der Teufel und Velo die Eile. Also in einer Zeit der Beschleunigung, ähm, die eben teuflisch verderbt geworden ist, das ist so der Grundgedanke, äh, der ihn umtreibt. Weltliteratur, die er nun wirklich von Europa hin auf die Welt global begreift, wird letztlich doch immer fußen auf der griechischen Antike. Die Griechen als Idealtyp des Menschen überhaupt, sie gehören zum Ursprung jeglicher Literatur, die man als Weltliteratur bezeichnen kann. Davon ist er auch im Alter überzeugt. Sie verkörpern das Zeitalter des Schönes, der Ataraxie, der Seelenruhe. Diese Gedanken schlagen sich nieder im Faust, im Werther, in Hermann und Dorothea und eben auch in Iphigenie auf Tauris. Und gleich im anfänglichen Monolog der Iphigenie sagt sie, sie habe das Land der Seele mit, das Land der Griechen mit der Seele suchen. Ähm, das ist ein zentraler Vers in diesem Stück. Und, ähm, dieses, äh, Moment, das Land der Seele, das Land der Griechen mit der Seele suchen, das durchzieht nun diesen ganzen, dieses ganze Schauspiel. Die ursprüngliche Fassung in rhythmischer Prosa kam, hat er März, April 1779 verfasst, zum Ur aufgeführt, wurde es dann von einer Liebhabertruppe, ähm, in der Goethe selbst den Rest gespielt hat. Und dann kam es, äh, dieses Schauspiel in einer endgültigen Fassung, 1787 heraus, und nun geschrieben in fünfhebigen Jampen, in Blankvers, ähm, die kombiniert werden mit daktylisch-strocheischen Versen, die bei Erregung, ähm, das geeignete Versmaß für die Charaktere darstellen. Das Werk ist eine Bearbeitung von Euripides Iphigenie bei den Tauriern. Euripides, äh, 485 bis 406, also der Autor des fünften vorchristlichen Jahrhunderts, schreibt dieses Stück und, äh, Goethe greift es aus und auf und verändert es aber, ähm, bewusst. Man kann eben Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr genauso schreiben, inhaltlich und auch formal, wie man das eben in der klassischen griechischen Antike konnte. Und dessen ist sich Goethe sehr wohl bewusst. Er greift also, äh, einerseits die antike Form des Dramas auf, aber verzichtet auf ein wesentliches Moment, nämlich auf den Chor. Und, eben, das drückt aus, worum es dann Goethe geht, von einem dramatischen Geschehen zwischen Menschen, so wie es Euripides schildert, wird die Handlung ins Innere verlegt. Es geht eigentlich um ein innerseelisches Drama, ähm, eben das, was in diesem ersten Monolog der Iphigenie gesagt wird, das Land der Griechen mit der Seele suchen. Die drei Einheiten, Ort, Zeit, Handlung wird beibehalten, ähm, es, Peripetie, die retardierende Momente, ähm, Anagnorrisis-Szenen, all das finden wir. Aber, ähm, das Ganze ist eben nicht mehr eine, äh, äußerliche Handlung, ein Drama zwischen Personen, sondern ein innerseelisches Drama. Worum geht's? Äh, wir befinden uns auf Tauris, das ist, ähm, die heutige Krim. Und dort herrscht, äh, Thoas, der König der Taurier, die aus Köthen genannt werden. Iphigenie ist dort gelandet, nachdem, äh, Agamemnon, ähm, der mit Glütemnestra verheiratet ist, ihr Leben opfern wollte, um nach Troja ausfahren zu können. Sie wurde von der Göttin Diana gerettet und nach Tauris versetzt. Und dort herrscht eigentlich ein Gesetz, dass alle Fremden getötet werden müssen, aber sie wird begnadet und wird zur Priesterin der Göttin Diana, also der griechischen Göttin Artemis. Thoas nun, ähm, verehrt sie und bedrängt sie, ihn zu heiraten. Sie weigert sich auch nicht zuletzt, äh, dadurch, dass sie sich, äh, auf ihr, den Fluch ihrer Familie beruft, ähm, den Fluch des Tantaliden-Geschlechts, das, ähm, beherrscht ist von Mord und Totschlag, von Vergehen gegen die Götter. Ähm, ähm, das hält Thoas nicht ab, ähm, darüber sehr wütend zu werden und er fordert sie auf, zwei junge Männer, zwei Griechen, die frisch gelandet sind auf Tauris, äh, nun, doch tatsächlich, ähm, Diana zum Opfer zu bringen. Also das alte Menschenopfer, was, äh, lange, lange ausgesetzt worden ist, auch, ähm, wegen Iphigenie wird, soll nun vollzogen werden. Bei diesen beiden jungen Männern handelt es sich nun eben um Orest, Orest, den Bruder Iphigenies und Pylades, seinen Freund. Und Orest war auf diese Insel gekommen, nachdem er Kiltemnestra ermordet hatte, ähm, wir haben darüber auch schon in früheren Zeichensetzungen gesprochen, äh, wurde verfolgt von den Erinien und ein Orakelspruch Apolls, er ging an ihn, er könne Entsöhnung finden, wenn er seine Schwester heimhole. Und nun wird diese, dieser Orakelspruch zunächst so verstanden, dass er das Götterbild der Artemis Diana nach Griechenland zurückholen soll, aber gemeint ist eben, äh, der andere Sinn, er soll seine Schwester Iphigenie zurückbringen. Ein Doppelsinn, der, äh, bei Euripides vollkommen fehlt. Es kommt zu einer Anagnorrisis-Szene zwischen Iphigenie und Orest, ergibt sich ihr zu erkennen, und es wird ein gemeinsamer Plan geschmiedet, der von Pylades, seinem Freund, ausgeht, dass man gemeinsam fliehen soll und die Götterstatue stehlen. Und nun kommt es zu einer inneren Krise bei Iphigenie, ähm, sie zögert. Einerseits will sie nach Hause zurück, andererseits hat sie Gastfreundschaft bei Thoas erlebt. Er war ihr ein väterlicher Freund und, ähm, der Diebstahl und damit, äh, ein, ja, ein, entschuldig werden, das, äh, widerstrebt ihr vollkommen. In diesem inneren Kampf, der für sie auch eine Herausforderung an die Güte der Götter, äh, darstellt, kommt sie schließlich zu dem Entschluss, sich Thoas zu offenbaren, den Plan offen zu legen und auf seine Humanität zu hoffen, die ihr eine Heimkehr und Begnadigung der Griechen erlauben würde. Das ist sozusagen jetzt der Ablauf des Schauspiels und nun werden eben Themen angesprochen, die ganz modern sind, was die Zeit des späten 18. Jahrhunderts angeht. Einmal, Freiheit, Determiniertheit. Die individuelle Freiheit des Menschen, der Freiheitswille, andererseits ein Gesetz, und zwar, äh, ganz, äh, in vielerlei Hinsicht, das Gesetz der Götter, der Schicksalsspruch der Götter, aber auch das Gesetz, das die Menschen sich geben. Angesprochen wird, äh, eine Vorstellung der allgemeinen Menschlichkeit. Eine Menschlichkeit, die auch bei Barbaren vorhanden sei, bei Thoas zum Beispiel. Das ist, äh, nun ganz, äh, im Zeitstil gedacht. Das ist das Zeitalter der Menschenrechtserklärungen. Und eines Problems, was sich daraus ergibt, nämlich auch, ähm, Pflicht und Neigung müssen in Einklang gebracht werden. Es muss sozusagen, ähm, ein bewusstes und freiwilliges Unterordnen des, äh, individuellen Wollens, der Neigung, ähm, unter das allgemeingültige Gesetz, äh, äh, zustande kommen. Das, was Kant später den kategorischen Imperativ genannt hat. Ähm, ähm, und, äh, das ist nun ein Thema, was dieses Stück eben auch, äh, durchzieht. Zum anderen, ganz klar, hier werden, äh, ichs geschildert, die eine Entwicklung durchmachen. Sie erleben eine Krise und eine Todeserfahrung und in dieser Krise, äh, verändern sie sich, und zwar beide zum Positiven, sowohl Iphigenie als auch Orest. Ein weiteres Moment ist die Vorstellung, äh, der Natur, die dieses Werk mit dem späten, mit den Vorstellungen des späten 18. Jahrhunderts verbindet. Die Natur als ein, äh, äh, Raum, in der Gott Nähe erfahren werden kann, der heilige Heim, der Diana, in dem, äh, Orest auch seine Heilung erleben wird. Ähm, äh, und dann eben mit das wichtigste Thema, was im späten 18. Jahrhundert angesprochen wird. Es ist ein, ähm, ähm, diese Gottesferne. Ähm, ähm, ab dem Erdbeben von Lissabon und den nachfolgenden, ähm, philosophischen Gedanken, ist das ein Zeitalter, in dem Gott als sehr fern erlebt wird. Äh, äh, Kant hat das dann auf den Begriff gebracht in seinem, äh, Werk, Kritik der reinen Vernunft, äh, in dem er Gott mit dem Ding an sich gleichgesetzt hat, unerreichbar, undenkbar, weit, weit vom Menschen entfernt. Ähm, ähm, Gott kann nur noch in einem, in einem seelischen Bereich als Ahnen, Glauben und Fühlen erfahren werden. Das späte 18. Jahrhundert ist eine Welt, in der Gott nicht mehr erkennbar ist. Eine Welt ohne Gott, in der er nicht mehr eingreift und den Menschen allein lässt. Der Mensch muss nun den göttlichen Willen, das, ähm, Gute in seiner Seele suchen und er ist, äh, kommt dadurch auch in Glaubenskrisen. Und genau das ist nun die Krise, die eben, äh, Iphigenie als Priesterin der Diana, ähm, ähm, befällt. Freiheit, Determiniertheit. Schauen wir uns das nochmal an. Da gibt es eben zum einen den Orakelspruch der Götter, der, ähm, ein Gesetz, sozusagen, wie ein Gesetz verstanden werden muss. Äh, Apoll, ähm, gibt an Orest weiter, dass er, ähm, entzünd werden kann, wenn er die Schwester nach Hause bringe. Da ist zum anderen auch viel schwerwiegender noch der Flucht des Tantaliden-Geschlechts, dem, äh, sowohl Äphigenie als auch Orest entstammen. Der Urvater, äh, der sich gegen die Götter erhebt, äh, äh, ein Dieb, der die Götterspeise raubt, der seinen Sohn Pelops tötet, äh, um die Götter zu versuchen, indem er, ähm, ähm, ihnen seinen Sohn als Speise vorsetzt und sieht, ob sie es bemerken. Eine Familie, in der Brudermord herrscht, ähm, in der, ähm, ähm, Agamemnon, seine Tochter, ähm, auch, ähm, ja, äh, Artemis opfern wird, ähm, um nach Troja ausfahren zu können. In eine Familie, in der schließlich Orest die eigene Mutter töten wird. Und nun die Frage, gibt es so etwas wie ererbte Schuld? Gibt es so etwas wie eine Erbsünde? Ähm, ähm, also auch eigentlich eben eine Urfrage, die das Christentum nun sehr eindeutig, äh, bejahend beantwortet hat. Zum anderen ist auch gemeint, das Gesetz der Taurier, auch hier Sküten genannt, die fordern, ähm, ähm, die von Menschen gemacht fordern, dass Fremde, äh, der Göttin Diana geopfert werden sollen. Ähm, das sind die Gesetze, die über die Menschen, äh, verhängt werden, ähm, und die ihren persönlichen Freiheitswillen herausfordern. Ähm, ähm, Iphigenie fordert die Götter in ihrer Glaubenskrise heraus. Sie fordert, ähm, die Götter in ihrer Humanität heraus. Ähm, ähm, sie zweifelt, beginnt zu zweifeln an ihrer Güte. Und vor allem, ähm, erklärt sie ihre Gottferne. Diese Gottgötter sind so fern geworden, dass der Mensch sie eben, ähm, ähm, dass sie ein Schicksal über die Menschen verhängen, dem sich die Menschen nicht widersetzen können und das unmenschlich ist und eigentlich fast an Inhumanes grenzt. Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht. Sie halten die Herrschaft in ewigen Händen und können sie brauchen, wie's ihnen gefällt. Der fürchte sie doppelt, den je sie erheben. Auf Klippen und Wolken sind Stühle bereitet um goldene Tische. Erhebet ein Zwist sich, so stürzen die Gäste, geschmäht und geschändet in nächtliche Tiefen und harren vergebens im Finstern gebunden, gerechten Gerichtes. Sie aber, sie bleiben in ewigen festen und goldenen Tischen. Also stärker kann man eine Entfernung, eine Distanz zwischen Göttern und Menschen nicht beschreiben als in diesen Versen. Und nun schildert sie für sich selbst, wie sie noch unbehelligt von einer Außenwelt, von einer verderbten Außenwelt, in diesem kindlichen Glauben an die Götter aufgewachsen ist und sie erfährt nun in der Begegnung auch mit ihrem Bruder und Pylades eine Korrumpierung. Pylades schlägt vor, man soll ja heimlich fliehen, man soll die Götterstatue mitnehmen und das bedeutet, dass für Iphigenie nun auf einmal so etwas wie Lüge in ihre Welt kommt und damit ein Sündenfall, den sie so noch nicht kennt. Das ist ihre große Krise, ihre große Glaubenskrise, die sie nun ergreift und da will ich Ihnen doch noch ein paar Verse daraus lesen. Iphigenie Unsterbliche, die ihr den reinen Tag auf immer neuen Wolken selig lebet, habt ihr nur darum mich so manches Jahr von Menschen abgesondert, mich so nah bei euch gehalten, mir die kindliche Beschäftigung des heiligen Feuers Glut zu nähren aufgetragen, meine Seele der Flamme gleich in ewiger, frommer Klarheit zu euren Wohnungen hinaufgezogen, dass ich nur meines Haares Hauses gräuel später und tiefer fühlen sollte. Also sie betont hier eben ihren kindlichen Glauben, der sie an den Göttern, an der Güte der Götter nie herzweifeln lassen und jetzt kommt sie, wird sie versucht sozusagen durch die Griechen und kommt nun eben in, ja, der Sündenfall, die Lüge, die Verderbtheit wird ihr nun zur Gefahr. Ach, ich sehe wohl, ich muss mich leiten lassen wie ein Kind, ich habe nicht gelernt zu hinterhalten, noch jemand etwas abzulisten. Weh, oh weh der Lüge, sie befreiet nicht, wie jedes andere wahrgesprochene Wort, die Brust. Sie macht uns nicht getrost, sie ängstet den, der sie heimlich schmiedet und sie kehrt ein losgedrückter Pfeil von einem Gotte gewendet und versagend sich zurück und trifft den Schützen. Sorg auf Sorge schwankt mir durch die Brust, es greift die Furie vielleicht den Bruder auf dem Boden wieder des ungeweihten Ufers grimmig an. Entdeckt man sie vielleicht? Mich düngt, ich höre, gewaffnete sich nahe. Also sie versteht sehr wohl, dass sie jetzt eben durch diese Herausforderung, die Lüge, die auf sie zukommt, korrumpiert wird. Und das bringt bei ihr eine große Glaubenskrise hervor, in der sie nun auch die Götter zu Rat, zu Hilfe ruft sozusagen. Sie erfährt den Fluch, der auf ihrer Familie liegt, der Fluch der Versündigung, soll dieser Fluch den ewig walten, soll nie dies Geschlecht mit einem neuen Segen sich wieder erheben. So legt die taube Not an doppelt Laster mit ehrender Hand mir auf, das Heilige, mir anvertraute, viel verehrte Bild zu rauben und den Mann zu hintergehen, dem ich mein Leben und mein Schicksal danke. Oh, dass in meinem Busen nicht zuletzt ein Widerwille keimen, der Titanen, der alten Götter tiefer Hass auf euch, Olympia, nicht auch die zarte Brust mit Geierklauen fasse. Rettet mich und rettet euer Bild in meiner Seele. Dieser Glaube, der naive Glaube an die Götter wird nun in einer Krise hinterfragt und sie bittet nun sozusagen die Götter um Hilfe und sie sagt, wenn ich dieses Bild der Artemis raube, ist es ein Sündenfall. Meine Seele wird verderbt und es ist sozusagen auch der Raub meiner alten Gottesvorstellungen, meines Götterbildes. Und so fordert sie nun die Götter auf, lasst mich doch, rettet doch euer Bild. Und sie fordert sozusagen die Götter heraus, die Güte, den Glauben an die Güte auch des Schicksals und der Menschen zu bestätigen. Und nun ist ihre Krise und ihre Entscheidung die, sie wird an wieder alle Vernunft sozusagen, an die Güte der Götter glauben und das heißt, sie wird an die Güte von Thors glauben. Sie wird an seine Humanität anrufen und darauf hoffen, dass diese Götter auch in dem Barbaren zu finden ist und sie erretten wird. Sie spricht mit ihm, ich werde großem Vorwurf nicht entgehen, noch schwerem Übel, wenn es mir misslingt. Allein euch lege ich's auf die Knie. Wenn ihr wahrthaftig seid, wie ihr gepriesen werdet, so zeigt's euch euren Beistand und verherrlicht durch mich die Wahrheit. Sie entschließt sich Thors, die Wahrheit zu sagen, und sie hofft auf seine Güte und sie hofft, wenn er sie nun heimziehen lässt mit ihrem Bruder, dass die Humanität in ihm siegt und das ist dann wieder ein Hinweis darauf, dass die Götter ihren Segen auf das Ton der Menschen legen und dass sie die guten Götter sind. In ihrer Freiheit, die eine freie Entscheidung ist, das Gute, was sie für das Gute hält, zu tun, plädiert sie an eine allgemeine Menschlichkeit. Es sind nicht die Götter, die die Lösung bringen, kein Deus Ex Machima mehr, sondern es ist die Aktivität des guten Menschen, der sich für die Wahrheit entscheidet, für das Gute, für die allgemeine Menschlichkeit und der das durch einen Gewissensentscheid macht, durch eine innere Freiheit, die ihn unabhängig macht von äußeren Zwängen. Aus dem Müssen und Wollen, aus der Pflicht und der Neigung wird dieses freie Bejahren zu, auch dem schwereren Weg, zu dem Weg der Wahrheit, ja, und dem Guten. Toas fragt sie, du glaubst, es höre der rohe Sküte, der Baba, die Stimme der Wahrheit und der Menschlichkeit, Ephigenie, es hört sie jeder, geboren unter jedem Himmel, dem des Lebens Quelle durch den Busen rein und ungehindert fließt. Dieses Gute im Menschen, das gibt es überall auf der ganzen Welt, bei allen, welcher Kultur sie auch angehören mögen. Es ist also ein Widerschein, der einer Zeit, die an die allgemeine universelle Menschlichkeit glaubt und sie auch in den Menschenrechten dann formuliert. Und so entwickelt sich eben Toas auch vom Barbar zum Menschen, zum guten Menschen. Wir wollen uns noch genauer die beiden, das Paar Ephigenie und Orest anschauen. Sowohl Ephigenie als auch Orest durchleben eine Krise in diesem Stück. Ephigenie, weil sie an den Göttern zu zweifeln beginnt. Es ist eine, dahinter steht eine Vorstellung von Mann und Frau, die auch ganz typisch ist für das späte 18. Jahrhundert. Die Frau, die eben als eher unbewusstes, kindliches Wesen doch der Natur dem Anfang näher steht, als der Mann, der das bewusstere und damit auch schuldig gewordenere Wesen beschreibt. Ephigenie ist ein unschuldiges Kind mit einem kindlichen Glauben. Und nun wird sie versucht durch eben Pylades und Orest und sie gerät an die Schranke zum Schuldigwerden und damit auch zum Bewusstwerden. Und sie überwindet diese Krise und zeigt ihre schöne Seele, ihr erhabenes Ich, der gute Wille in ihr siegt und das Vertrauen auf die Güte und die Wahrheit der Menschen und damit auch indirekt der Götter. Ephigenie wird in diesem Stück von einem Kind zu einer erwachsenen Frau, die sich für das Gute entscheidet. Orest hingegen als der Mann ist ja der Schuldige. Er hat Schuld auf sich geladen und wird nun auf Tauris von dieser Schuld befreit. Und während er nun sozusagen die Heilung seiner Seele auf einem umgekehrten Weg erleben muss, muss er vom Grad der Bewusstheit in den Grad des Unbewussten, in den Zustand des Unbewussten versetzt werden, um eine Entzündung zu erfahren. Und das geschieht in seinem Schlaf, im heiligen Hain, in der Natur, die Heilkräfte der Natur, die für Goethe auch so wichtig gewesen sind, erlauben ihm eine neue Reinheit und Entsöhnung der Seele. Ganz typisch eben hier die Grundvorstellung des späten 18. Jahrhunderts, die Frau, die näher zum Heiligen, zum Unbewussten lebt, der Mann eigentlich das korrumpierte, erwachsene, bewusste Sein, der den Heilung nur erfahren kann durch Rückkehr, durch Regression, durch Rückkehr ins Unbewusste, in die Natur, in der er nun Heilung erfährt. Es ist ein Stück, in das auch dramatisch aufgebaut ist, zwischen Barbaren und Griechen, zwischen Männern und der einen Frau. Ein sehr dialektisch aufgebautes Handlungsschema. Da sind zum einen Orest und Pylades, die Griechen, die auch die Zivilisation verkörpern, als Einmoment, dagegen Toas und Arkas, die Barbaren, die Sköden, die Taurier, die eigentlich unmenschliche Gesetze, barbarische Gesetze verkörpern und die nun gegeneinander gestellt werden, diese beiden Männerwelten. Und die Synthese kommt nun in Ephigenie zustande, die als Frau und Priesterin der Natur näher steht. Und das ist das ewig Weibliche, das hinanzieht, wie Goethe später einmal sagen wird. Hier ist kein Deus ex machina, kein das antike Erlösungsmoment der antiken Tragödien, ist hier nicht mehr zu finden, sondern es ist die Aktivität des Menschen, die die Aufhebung von Schuld und die Erlösung bringt. Wir sehen, wie Goethe in diesem Stück auf alte griechische Texte zurückgreift, auf die alte polytheistische Götterwelt, die er liebt und wie er diese Welt bewusst verändert, wie er einen Vorgang, der sich in einem dramatischen Geschehen auf der Bühne darstellt, nun wirklich ins Innere verlegt und wie aus einem sehr heftigen, aktionsreichen Geschehen ein seelisches Drama wird. Das ist genau seine Zeit. Es ist auch ein Stück, das man ein Ideendrama nennen kann. Es ist die Zeit des deutschen Idealismus, wie es dann auch an Kant propagiert. Und Goethe ist sich sehr wohl bewusst, dass seine Ephigenie nichts mehr zu tun hat mit der antiken griechischen Ephigenie. Goethe sagt von ihr, sie sei verteufelt human, eben entstanden in einem Zeitalter, das von Humanität allgemeiner Güte des Menschen ausgeht und sie formuliert.